So, das ist die Alma. Die Alma ist ein ganz lieber Hund, wie man sieht. Ja, am Kuscheln, ganz ausgeglichen. Wenn andere Hunde Stress machen, dann ist sie ganz lieb, interessiert sie nicht. Geht zu jedem, kennt uns ja gar nicht. Hat uns also heute auch das erste Mal gesehen. Mit der kann man alles machen. Ganz toller Hund. Die Alma. Ja, guck mal jetzt. Und da. Und bumm. So ein feiner Hund. Alma ist also ein absoluter Herzhund. Die liebt alle. Guckt sie euch an. Das ist auch das erste Mal, dass sie uns trifft und sie hat gar keine Berührungsängste. So eine Liebe. Aber so sieht sie wirklich sehr klein aus. Stell dich mal lieber hin, nennen sie das so lieb. Also Alma hat schon ihre 80 Zentimeter Rücken, würden wir jetzt mal schätzen. Also es ist schon ein großer Hund. Für Großhundeliebhaber. Ja, ja. Danke. Ja. 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 Vielen Dank.